Hallo zusammen, AI Zocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest Zerstörbti Altere anzunehmen bei Dunkelweiterin Avri in der Weißkrone, an dieser Position. Vorquest war, wo kommen sie her? Ich nehme die Quest auf, während des Patches 9.2.5, mit einem Charakter, der schon viel zu hoch ist für dieses Questgebiet. Ich bin aber davon überzeugt, ich kann euch auch in Biotrk Classic helfen mit diesem Video. Wir brauchen jetzt hier einen bestimmten Mob aus diesem Pulk. Ich halte nach ihm Ausschau, der Patrouilliert anscheinend. Christoph, Meisterbeschwörer Savat. Ihr solltet jetzt landen an einem Punkt, wo wenig Gegner sind oder keine und von da aus den Mob pullern. Ihr seht, er kann zaubern, eventuell Zauberwunder brechen, die ganzen Mobs, was um ihn herum sind, sind sehr schwach. Eventuell könnt ihr die auch mit Flächenschaden töten. Wichtig ist, äh, Meisterbeschwörer Savat. Ich töte ihn mit einem Schlag und dann dürfte ihn looten. Von ihm bekommt ihr Stab des Meisterbeschwörers. Kann man sich in die Leiste ziehen. Nun lauft man zu diesen Plattformen und nutzt diesen Stab. Und wird der Beschwerfungshaltar zerstört. Also ich mach das jetzt nicht nach der Reihenfolge, wie es bei der Quest ist, sondern ich habe an dem Altar angefangen, wo ich am nahesten dran war. Nun könnt ihr in die Lüfte fliegen und beim nächsten Altar landen und wieder ein paar Mobs töten. Falls nichts ändert, versuch diesen Stab außer Entfernung zu benutzen. Geht's von hier? Es geht sogar von hier, schaut mal. Sollte man auch in WOTLK Classic nichts ändern, dadurch. Würde ich meinen. Nun stell ich mich hier hin und mal schauen, ob's von hier funktioniert. Also in WOTLK Viteal funktioniert es ganz gut. Könnt ihr sehr gerne in WOTLK Classic testen und in die Kommentare schreiben, ob es funktioniert hat auch da. Weil ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, um Zeit zu sparen, wenn man nicht die ganzen Mobs da töten muss. Quest ist abzugeben, bei Dunkel weiter wie in Avli. In der Weißkrone. In dieser Position. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.